Liebe Kolleginnen und Kollegen von der VNG, vor sechs Wochen sind wir von hier aus gestartet zu einer wirklich tollen Aktion. Es ging darum viel zu laufen, viel Rad zu fahren und möglichst viele Kilometer zu sammeln. Das Ziel war nach Tokio zu kommen, 9080 Kilometer in sechs Wochen. Aber wir haben das Ziel schon nach unglaublichen zwei Wochen erreicht und da bin ich und auch meine Kollegen, die übrigens auch mitgelaufen sind, sehr sehr beeindruckt. Das war auch ein Meilenstein bezüglich des guten Zwecks, der Spende, die wir damit zusammen gelaufen haben, denn wir haben den Einsatz da schon verdoppelt. Sie haben nicht aufgehört, wir sind weitergelaufen auf unglaubliche 30.000 Kilometer und das haben wir gerade mit dem Zieleinlauf symbolisiert. Ich wurde flankiert von der Romy Kasper und Nick Nilo, die uns ja auch sehr unterstützt haben. Auch da nochmal meinen oder unseren Dank dazu und kann nur sagen, super Leistung, 74 Radfahrer, 79 Läufer, 30.000 Kilometer, klasse Leistung. Vielen Dank, Tschüss und hoffentlich mal bei einer nächsten Aktion. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020